Hallo und Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Manuel. In dieser heute habe ich euch jemanden bei KFV im Computerbickel. So wie gerade auch, kann man dich nur zeigen, auch mal dich mitnehmen. So wie gerade auch, denn die Infobox hat es nicht so wichtig! Wenn hier gehen wir, ist nochmal die Infobox am besten. So eine erste Frage, wenn ihr Ideet habt, geht auf meine Reise. So ein Runde, geht auf einen Spanieren. So ist es schon ein Runde, geht auf einer Runde. So ist es schon ein Runde, geht auf dem Holz 53. So ist es schon ein Runde. So ist es schon ein Runde. So ist es, dass es hier Kohle sich um Radar. Das war's dann wieder, wenn ihr da noch mehr Richtung sind, dann abonniert ihr meinen Kanal, ich beinahe dich auch, bis bald.